Hallo, mein Name ist Sven Bartsch, Zeugwort im Swingerclub Schorlauer Amor Schaukel. Stichwort Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Für uns ein Riesenthema. Während im Swingerclub sächsische Sexarbeiter ihren Hobby frönen, wird auf der Gemeinschaftsmotte die sexuelle Energie über eine mechanische Kraft-Wärme-Kopulation in elektrische Energie umgewandelt und ins öffentliche Stromnetz kostenfrei eingeschweißt. Und das alles nur, damit unsere Kinder in einer atomstromfreien Zukunft aufwachsen können. Oder einfach ausgedrückt, think global, but fuck local. Hallo, ich bin Christoph Stelzner. Servus, ich bin Martin Bauer. Zusammen sind wir Stelzner und Bauer. Wir hoffen, euch hat der Clip gerade gefallen. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, dann kommt auf unsere Homepage www.stelzner-bauer.de Oder noch besser kommt zu unserer sächsisch-bayerischen Live-Satire-Show Sexmaschinen und süßer Senf. Das uns wirklich freuen. Servus. Tschüssi.